Go! Toyotas Brennstoffzelle. Das hybride Kraftpaket wird erwachsen. Das Update für den Mirai verspricht viel. Schneller, weiter, günstiger. Grün sowieso. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Autotester Jan Becher bringt die Wasserstofflimousine auf die Straße. Red. Jetzt auf DV. Kickoff. Schwarzer Tag für die Teams am Tabellenende. Schlusslicht Schalke verliert, entlässt seinen Trainer und plant für die zweite Liga. Doch auch die Konkurrenz tritt auf der Stelle. Vier Abstiegskandidaten, vier Niederlagen und fast null Gefahr vor dem gegnerischen Tod. Kickoff in 30 Minuten auf DV.